Ja, ist jetzt... Sag, wenn ich aufmachen kann. Kannst du. Oh, okay. Warte, kurz. Ja, ja, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht. ich warte 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 wo ist denn jetzt die flöde karte bzw warum zeigst du mir jetzt keine karten ich hätte gerne ein bild oder ich gucke gerade bei mir und ich wollte heute eigentlich auf ja ich nehme eventuell heute nachher den mittags auf nachdem ich mal weg war so war das damit ich meinen bioshock auch mal da weiter krieg ich muss dazu sagen ich bin erstaunt dass es trotz raps mein bioshock recht flüssig läuft gerade mein rechner ja so rummockt er ist dann in dem moment wahrscheinlich mal total sozial zu mir so jetzt hoffe ich dass es auch so bleibt nicht wieder und so jetzt kannst du von mir aus so was haben wir hier 1 3 3 7 ja ja jawoll jetzt hast du dich in meine berge versetzt und dir gedacht so der denkt jetzt stimmt stelle er macht jetzt extra nix anderes ja also mach es auch aus der stadt worden so 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 dann wollen wir zuerst so machen dann weiß ich kann spiele ich dir hier auf dein wunderschönes monster okay ich bekomme 500 schaden in jeder meiner in deiner stand by face ja okay was du da wohl verdeckt liegen ist das ist nur eine frage schiebt mir mal rüber ich mach nur so ein krummer Ich werde gerade angeschrieben. Habe ich dir jetzt das... Nee, Showview. Ah, okay. Der hat doch 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne. Ja, passt. So, meiner kann nicht angreifen, aber der kann angreifen. Ja, ha, ha, ha. Na, kannst du es verhindern? Vermutlich. Nee, doch nicht. Nein, nein. Cool, du bist dran. Ja, ich verliebte 500 Punkte. So, jetzt kann ich es aber eventuell machen. Ähm... Einmal... Dann kann ich jetzt wenigstens... eine Sache machen. Wenn er was schneller macht. Danke. Ähm... Das wollte ich nämlich eben schon machen, aber da hat er die Karte nicht gemacht. So. Wie war das? Ah ja, genau, die wird ja nochmal geschmückt. Beschworen. 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 Okay. Und... bin ich mal so frei. Und aktiviere dann die auf mein Monster. Achso, okay. Und ja... Weil es so schön ist, fände ich erstmal meinen Zug. Ach ja. 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 Ach, bin ich blöd. Egal was. Ich bin so doof. Du hättest angreifen können, aber... Nee, nee, darum geht's mir nicht. Ich hätt' was anderes machen können. Hätt' ich jetzt vielleicht sogar viel mehr erreicht mit... als... mit dem Scheiß, was ich jetzt hier fabriziert hab. Aber egal. Na. Na. Na, was ist dran. So. Das macht sie wie ich die hier Ich kann aber leider mein kein Dings Der bekommt jetzt nochmal 100 Angriff drauf Das reicht mir erstmal Der tat da mehr als mein großes Viech Das ist aber toll Scheiße Scheiße, Scheiße, Scheiße Ich hätte es eigentlich andersrum gemacht Aber das ist jetzt nicht schlimm Mit der Karte hätte ich was anderes Kannst du da jetzt nicht noch einen Effekt einsetzen? Ne, warte, wenn die Fallenkarte zerstört wird über den Karten Ah, okay So, ja Ähm Ich bin nicht doof So langsam fange ich an hier so dumme Flüchtigkeitsfehler zu machen Okay, du bist... Ich weiß Erstmal aktiviere ich die Falle Scheiße Ich darf zwei Karten zerstören Wenn ich einen Viech opfer Damit ist dein Reel da hinten glaube ich auch weg Ja Alles klar, so zwei Karten kann ich mir aussuchen Einmal die Verdeckte Okay Und... Und... Dein... Fire Formation Tenzu Gut So Ach, und dann greife ich mal direkt an Ach, so Und du bist dran Und du bist dran Ja, das muss ich jetzt checken Toll Toll Scheiße Egal, was besseres kann ich gerade nicht machen So Dann Einmal Da ich nichts anderes habe Den kann ich nochmals haben Das ging jetzt an deinen Goka Das ging jetzt an deinen Goka Na ja, gut Dann kann ich ja wenigstens noch das hier machen Äh, den kann ich mich jetzt opfern Und kann dann den Goka Hm, okay So So Mache, aktiviere ich zuerst auch den Effekt Ich lage Monster Nix da War kein Monster Und äh Weil ich es gerade Und Kann Attack den Steinmonster Attackst du meinen Monster Das heißt, ich verliere 100 und das Vieh landet auf dem Stuttgart Und ich kann seinen Effekt aktivieren Ich muss dich verbessern Von den zweiten Achja, der hat ja 100 mehr, stimmt Der zieh ich gleich noch ab Sekunde Äh 1500 Ne, der hat so 4 Der hat Achso, das wurde ja eh negiert Äh 1500 1000 Das ist jetzt aber scheiße Nee, halt warte, so scheiße ist das gar nicht Oder doch, so scheiße ist das Nein, so scheiße ist das gar nicht Okay Was geht den Deck wird gewischt Ja komm Hä 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 Die Das lohnt sich nicht. Nein, das lohnt sich wirklich nicht. Oder lohnt sich das vielleicht doch? Activate Darkhold. Nein. Doch. So, bei der Gelegenheit hole ich mir das Vieh hier gleich wieder. Ich mag dich auf die Hand halten. Komm auf meine Hand zurück, mein Kleiner. Bist dran. Ach scheiße, dazu habe ich die Karte jetzt eigentlich auch nicht umgeschossen. Ich habe vergessen, dass die je nach gar nicht dahin geschossen. Sorry. Ich habe aus Versehen eine Karte auf den Friedhof geschmissen, die ich nicht hätte. Friedhof schmeißen müssen. Ach so, die. Was? Ah, fuhr. Die kommt wieder aufs Deck. Das habe ich selber gezogen. So. Wer kann ich nicht? Schade. Ja, ich weiß. Was ist dran? So. Die verdeckte. Ach. Pfuh. Ach, du bist erstmal dran. Das läuft gerade nicht so, wie ich will. Ach. 1600 Punkte, komm, die muss ich ja jetzt noch runterkriegen. Jetzt aber, komm. ... Nein. Nein. Nein, 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 nein. Hey, wart, ich habe eine Idee. Sind zusammen sechs Stern? und landen beide auf dem Friedhof für den hier. Und der greift dich auch an. Nein. Doch. Und zwar den. Und er kriegt, jetzt halte ich fest, nochmal 500 Punkte drauf, wenn er ein Monster in Verteidigung angreift und die Differenz wird dir abgezogen. Das heißt, er hat 2800 und du verlierst... Ich wusste, die Dinger haben mit 200. Du verlierst 2600. Ich liebe meine Decks. Ja, wenn ich jetzt noch den Zug mit den zwei ausgehalten hätte, hätte ich nämlich den hier geholt. Ah, okay. Passt. Aber... Na komm, eine Runde ist ein Match, eine Runde haben wir noch. Es sei denn, du gewinnt es, dann haben wir noch zwei. So. Alles klar, dann versuche ich es jetzt halt nochmal. Du schaffst es! Du schaffst es! Ich glaube an mein Deck. Ich glaube dran. Du glaubst an das Herz der Karten. Jetzt wird's kitschig. Ach. Es gibt viele, die machen auch ihre Scherze damit. Ach, das sowieso. Ich störe dazu, dass ich mich dueliere. Ich habe gestern sechs Runden Romy verloren. Da darf ich ja wohl mein Duell gewinnen. Die Schwester von meinem Freund. Romy Junkie, keine Ahnung. Ja, wir haben sechs Runden gespielt, dafür habe ich fünf verloren. So, und die erste war meine. Ach, Romy kann ich gut. Oh, 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 jetzt habe ich Spaß. Jetzt, jetzt habe ich Spaß. Moment. Weg, jetzt wird's bitte. Kannst du das verhindern? Nein. Gut. Der beschwört sich spezial. Aber ich kann das hier machen. Hilft mir herzhaft wenig. So, die landen beide auf dem Friedhof, sind zusammen sieben Punkte. Ach, puh. Hättest du dir aufheben sollen? Ja. Muhahaha, mein Freund. So, und ich bettel dich. Du bettelst mich. Ja, ich attackiere dich. Okay. Ah, okay. Der ist warm. Eins. Mir fehlt das irgendwie direkt von Deck auf, Friedhof. Das ist irgendwie... Ja, das ist halt nervig. Und drei. Was ist denn da? Okay. Kein Problem mit. Oh, flupp. Und... Ja, du bist cool. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay. Das ist cool. Okay. Wie viel hat der jetzt? Er hat immer noch 1,5. Ach so. Du hast noch zu wenig Karten auf dem Friedhof. Okay. So. Und... Ich wende mein Zug. Nein, er kriegt 1400 drauf. Heißt, er hat 2700 Angriffspunkte. Und ich attackiere dich. Der hat nämlich nur zwei Sterne. Oh. 1200 verlierst du. Und weil es so schön war, beende ich damit meinen Zug. Aha. Und einmal direkt. 1300. Ah, alles klar. Kein Ding. Jetzt geht's aber ab hier. Irgendwas muss ja passieren. Irgendwie muss ich mich auch schützen. Kein Thema. Sekunde. Ja, das klingt mir gerade nicht. Na dann. Yay. So. 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 Ich nutze den Effekt von meinem Glutbeschleuniger. Ja. Schmeiße den hier von der Hand auf den Friedhof. Ja. Um deine verdeckte Verteidigungsmodus liegende Karten zu stören. Okay. Da bist du. Die andere ist eh gehindert, es anzugreifen, nutze ich die Chance noch. Aua. 1300. Bis dran. Das ist ein Scheiß. Alle verdeckten Zauberern fallen auf deiner Seite ganz so statt. Das ist ja nur. Hallo. Was soll man das kann? Der muss weg. Das ist jetzt gerade so eine Sache. Ach, machen wir mal den hier. Und nochmal 1300. Ich ziehe gerade nur Stauber oder Fallen. Sehr bitter. Sehr bitter. So, den biete ich als Tribut an, um ihn zu beschwören. Mal gucken, ob das jetzt nach hinten losgeht. Dann aktiviere ich seinen Effekt. Ich kann sämtliche ATK von meinen Blackwings auf dem Spielfeld auf ein Viech übertragen. Allerdings kann auch nur das Viech angreifen. Das sind 4500, das sind 5800. Kommt gerade so hin. Und mein Level-2-Vieh kann dann natürlich angreifen. Okay. Na, geht das durch? Warte, 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 warte. Nein, okay. Es war ein Versuch wert. Ich hatte so Glück, dass ich die gerade gezogen habe. Kein Problem. Du bist drin. Äh, ich kann wenigstens ein Monster beschwören. Halleluja. Scheiße. Kannst du nicht. Hat sich das gerade wieder leidigt. Du bist dran. Du greifst nicht an? Ach, kannst ja nicht. Sind ja vier Sterne. Vergiss es. Hat sich gerade erledigt. Oh, das ist ja öde. Ich muss die irgendwie wegkriegen. Na gut, ich habe eine Idee. Ich muss nur die Karte ziehen. Das ist schon die zweite Runde, war ja. Das ist schon die Möglichkeit. Das ist schon die Idee. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, bei dem Deck hier ist Schwerkraftbindung schon manchmal ein bisschen fies. Na bitte, geht doch. So, ich kann mir ein Viech aus dem Friedhof holen mit 1500 oder weniger Angriff auf die Hand zurück. Und auch wenn da eine verdeckte Karte liegt, was stört es mich? 1300. Yay. Ich bin wieder am Spiel. Mal sehen, wie lange. Na, endlich! Mitte. Schwerkraftbindung. Hau weg, die Scheiße. So, die beiden gehen drauf. Für einen... Wo ist er? Da. So. Und der greift an. Oh, wieder nur 200 Punkte, oder ist das viel? Das heißt, du verlierst wieder 2600 Punkte. Oh, 300 Lebenspunkte noch! Cool! Du bist dran! So. So. Ähm, warte, muss ich kurz was nachgucken. Das ist jetzt das dritte Match. Und das ist wieder nach der zweiten Runde fertig. Ja. So. 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 Du hast einfach keine Gegner. Das ist alles. Ähm. Tja, Scheißdreck. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Das ist so geil. Das ist natürlich... Ne, heute war das sogar unser viertes Match, glaube ich. Das ist natürlich so... So schlau von mir. Aber was soll's? Was soll's? Ich finde das gerade himmlisch. Ich glaube... du bist jetzt tot. Soll ich dir mal was zeigen? Was auch? Was denn? Ich zeig dir das jetzt. Guck dir mal die Verteidigung von meinem Monster an. Ja, du grandioses Kind, du! Das war ja mal so dermaßen clever. Das gibt volle... 2800 Schaden. Gut gemacht. Gut gemacht. Das ist doch richtig. Oh Mann, ey. Ah, wie ehrlich. Juhu, äh, jetzt reicht's glaube ich erst mal. Das reicht meine Festplatten nicht mehr. Warte, ich muss mir die...